Warum holst du so rum? Ich sag die Spielkarte! Ich dachte Echo spielt gegen Ari Gegen was spiel ich dann? Riven? Ne, er hat aber TP dabei, wie sollt ihr er TP gegen Ari mitnehmen? Weil er es kann? Damit der, äh, äh Damit der Tim irgendwohin TP'n kann und dann wieder zurück oilen kann Ja genau Ja ok, ich geh top gegen Riven Riven ist Silver 1 Da freust du dich, ne? Ich sag die wird vor dir Level 2 All in und dann, ja damit konnte keiner Recht in Leute Es wird so passieren Oh di oh di oh di oh di Und dann aber noch die gute Info Für das Team Riven keine Summoner mehr Wir haben im Spiel schon wieder gegen ein Team Im Verhältnis mit einer 63%igen Win-Ratio Warum? Ich hab sensationelle 1,11,14 Tits mit Ey, what the fuck? Ich soll von die kleine Katze Soll ich am Baby Robbenklopfer sagen Sie liebt dich Wer zur Hölle ist die kleine Katze? Ey Alex gehört mir Mann Knallen mit Invert, 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 Invert Wohin? Pinger Ja, ich lauf grad woanders hin Ich muss Distanz überbrücken Ey, ich wollt eigentlich Ey Long, ich bin noch Top Das ist nicht Long, das ist Das bin ich und du bleibst das beschissene Scheiße in der Mitte Bist du eine Alex, du weißt was dir passieren wird Alex, du weißt was dir passieren wird Ey, ich fang Blue an, guys Ey, ich fang Blue an, guys Ey, okay Ey, please Einfach so Ich wollt mal cool sein In der Schule gehöre ich nicht zu den Coolen Versteh ich Ey, verstehst du das? Ne Long, soll ich ihn einfach mal igniten? Ach der Schlauze Ja Raven, was willst du tun, du spastische Schirr Oh shit, ich hab ja eine neue Jungle Route gelernt Von wem das denn? Pfff, darf ich nicht sagen Das ist geheim Du Spassi What the fuck, Junge Vielleicht soll ihr von Kleine Katze sagen, sie gibt ihre Identität nicht so leicht preis, aber sie liebt dich Okay Ich war noch nie so hart interessiert an einem Menschen Wie jetzt Ich hab ja auch nicht Echt? Dass du mir was ganz anderes erzählt What? Er ist ja auch was anderes erzählt Robbe, du Hurs Hä? Ich dachte, ihr sagt jetzt einfach, mir hast du genau das gleiche erzählt Really, Nigga? Komm, wir diven einfach, scheiß was drauf, straight out of company Okay, ich hab, ich hab Q Alter, hier sind so viele Minutes Go, go, go Das ist einfach gar nichts machen What the fuck, der Flash? Das war, ich bin raus, adieu Ich auch Ich auch Beste, wie du weißt Naja, wir haben Flash gekriegt Zwei sogar Ja, ich musste healen und flashen What? Nope Oh, ich glaub, wir haben auch gehegelt Nein! Alex, du musst hierbleiben Warte Bleib bitte Jenner, KT Er hat Judett Ah, nicht Jenner, aber Sogenast, vor Ort ist es besser Okay, ja krass Ich recall jetzt, ne? Okay Nein, würde ich nicht machen Guck mal jetzt Okay, ich bleib noch ein bisschen Oh my god Willst du auch mal verspachen, Alter? Ja, ich muss hier kurz ein bisschen abschwitzen Oh my god Real AFK Bisschen mit den abschwitzen Chills mit deinen Boys am Block Oder was? Riven hat keine Plattform, keine Ulti tötet Ja, das geht ja super einfach hier Ja, das geht ja super einfach hier Die ist doch gefilmt ey Ja, was hat sie denn? Magst du Hitler? Oh oh Adolf Hitler? Magst du Lecker? Ja, ja No, no Ja, komm lieber zu mir Ja, aber du lockst mich doch wieder in den Tod, wie eben Es kommt ein Ulti hin Hä? Wie, da kommt ein Ulti? Irgendwie Wär fast reingegangen Ne, jetzt aber real, es gibt Ulti Ja dann Oh Okay, let's go Ich bin schon wieder King Guck mal, ich bin schon wieder King Guck mal, ich bin schon wieder King Und jetzt wurde ich einfach Watt ist das fucking Pinball oder was? Ja Ja ich geh Riven töten Mann noch Wtf 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 André André, mach nicht diese Wtf 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 Crips Das ist M, die gibt es Crips Boah, ganz starker Flashpon Alter Pony, was los mit dir? Wie Bumst, ey! Ey, Long, ich soll dir übrigens ganz schöne Grüße von Polo ausrichten FLASH ULT! Ich hab keinen ULT, aber ich bin Level 5! Waren wir fucking killing me? Wieso bist du Level 5? Wer heißt der denn? Digoyner, Chipsy? Sanonita, Tobi Tobi, hörten wir auch damit Ah fuck, ich hätte glaube ich André jetzt schon im Weiten Ah ne, der Gegner kommt von mir, ok, alles safe Wer ist denn André? Der Besserer Jagdler Loll ey, das war ne Ohrfeige Nicht schlecht, die hat gesessen Sie bumst mich, nein Sie bumst mich, nein Wieso, dass du so kranke Scheiße machst? Ah! You dead, son Oh shit, nigga Es ist mit, Leute Nein! Warum huchst du denn? Das ist wie dein Condemn vorhin Äh erinnerst du dich? Nein W-w-w-w-w-w-w-w-w redest du? thoafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafuafufch investigating Das ist das wichtigste, Scumback-Huren. Alter Schwede! Ich hab den Falschen! Das ist nix! Ja, kein... Anna! Das ist nix. Ich glaub ich hab sie noch nie so dreckig lachen oder so irgendwas. Wow, warte ich. Ich hab den Falschen gemacht. Wow! Freust du dich gerade? Das ist glaub ich, das ist mir noch nie so wert. Und auch direkt das gute WP? Ach ne, das war für klar. Geil. Ich bin verglücklich gerade, ich kann's nicht glauben. Dass wir jetzt 4v5 sind. Ja, hab ich auch kaum in Grenzen halten vor Lachen, muss ich sagen. Ich hab noch nie jemals so verkauft. Noch nie, also ich hätt' mir weh... Du hast den, du hast den für'n Dön an ner Zeit verkauft, Alter. Nein, ich weiß sowieso. Einer von uns wär gestorben, deswegen hab ich mir gedacht, verkauf ich ihn, wenn er mir den ganzen Tag schon blöd kommt. Hey, yo, die machen Drake jetzt. Real? Ich hab keinen Smite. Sie sind alle da hingerannt. Ja, dann haben sie den halt. Oh, ich fick den, ich fick den, ich fick den. Oh, ist der low! Oh, geil! Starker Play. Ganz starker Play. Großartig. Pfff. Fucking Drake. Easy peasy. Was, was los, Mann? Was los? Komm, Gnade, Digga. Dein Mann. WTF? Minion gestand, Alter. Oh, oh, hier ist der Kate. Wow, wow. Pony! Alter, wie hat bummst sie mich denn? Hä? WTF? Alter, ich hab... Oh, Gott. Huh! Durch, mein Hexiger. Durch, alles durch. Ey, wie lang bin ich denn noch tot? Ah! Oh, mein Boyfriend. No Problem. Oh, ich hoffe, Bronze.